Musik Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Ja, der Waker läuft. Jetzt werde ich den erstmal ein bisschen hier laufen lassen. Mal gucken, wie heiß das Motor heute wird. Nicht, dass ich mir da den Böbel verbringe. Ja, sobald so gut. Dann ist er noch getaucht und so. Alles, was jetzt noch fehlt, ist der Aufsatz für 4mm. Die 2mm, die da dran sind, sind nicht gut. Die gehen ruckzuck kaputt. Aber ja, wir starten jetzt erstmal ein bisschen mit dem. Und in einer Stunde werde ich dann schneller nach Ferragens fahren. Um mir die richtigen Sachen zu holen. Und wieder ein bisschen Leerarbeit. Aber ich sehe ja, wer das Ganze umkaut, das muss hier mal vergründen. Und dafür brauche ich 4mm. Ja, ich werde die Biegen natürlich nicht so viel Freude haben. Aber die Biegen ist hier eh ohne Ende. Ja, dann mache ich hier vorne erstmal ein bisschen Freude. Und dann in den Weg, wo ich dann habe. Und dann den Meilen. Das Meilen werden wir auch noch machen. Ja, bisschen was zu tun. Also, wenn wir uns stehen dann nochmal. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Lauter Angelegenheit Lauter Angelegenheit Lauter Angelegenheit Lauter Angelegenheit Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, hat sich was verfangen, dann müssen wir noch mal neu starten, was? Ja, die ersten Erfahrungen mit dem Gerät, aber so läuft das halt. Okay, dann müssen wir das erstmal ausschalten. Ausschalten, jetzt müssen wir uns abstöpseln, damit wir da auch hinkommen. Ja, natürlich, hier ist wieder etwas Draht. Ja, jetzt sind wir hier an unserem Pfeil angekommen. Ja, und jetzt wollen wir hier mal ein bisschen Gas geben, das muss alles weg, alles Unkraut muss hier weg. Ja, viel Spaß, könnte ein bisschen laut werden. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.